Willkommen zurück zu Singularity, zum nächsten Part. Wenn ihr gestern gesehen habt, den Part, dann wisst ihr, wir sind hier durch die Halle, haben zwei schöne Schoßtierchen, die jetzt wahrscheinlich sich wieder weggebackt haben, erledigt mit dem Seeker Rifle. Was gar nicht mal so schlecht funktioniert hat. Gut, dass wir das gefunden haben. Vorher waren wir auch im selben Part, glaube ich, über die Brücke. Jetzt sind wir hier. Ich hole mir mal gerade ein Ersthilfepäckchen rein. Max, das ist natürlich doof. Oh, jetzt ein MG-Entwurf. Was haben wir denn da? Entdeckt verbannt. Erste Hilfepäckchen heilen sie schneller, wenn nicht im Sprint. Ach so, ja, der braucht ja immer ewig, bis er sich die Dinger da umgewickelt hat. Ja, was habe ich denn verwarfen? Ich habe die Kasimov. 16 Schuss. 16 Schuss, 16 Schuss. 16 Schuss. Da könnten wir uns vielleicht mal gerade ein paar Schuss noch kaufen. Da habe ich ja noch genug. Ja, komm. Einmal geht. So, ich denke, wir müssen hier rüber. Das ist natürlich unser Ziel. Finden Sie einen anderen Weg zum Kocher. Gaskocher. Bäms. Na? Ich hasse diese gelbe Sitsche. Bei dieser gelben Sitsche ist in der Regel immer diese kleinen Pisser. Ja, jetzt ist viel erfüllt. Ihr wisst, welche kleinen Pisser ich meine. Die Sicherheitsabriegelung ging schnell vonstatten. Es waren noch einige Leute drin. Weiß Gott, was das Gas aus ihnen gemacht hat. Ja. Bestimmt sehr nette Gesellen. Ah, dann hat man eine Gasmaske. Oh. Was war das? Ich denke mal durch diese Wolken. Siehste. Das wären bestimmt ganz nette Viecher. Das wäre bestimmt ein klumpende Typ. Oh, und ein dickes Verunkel. Am Rücken. Okay. Ja, mal gucken, ob die was Besonderes können, die Jungs. Außer Leichen. Zerfleddern. Und so. So. Finden sie eine Gasmaske. Komm ich nicht rein? Doch. Nee. Komm ich nicht. Doch. Irgendwann, hä? Weil. Da. Da ist die Gasmaske. Da muss ich hin. Gut. Ander Ding. Ach, ein Waffenschrank. Ja, Stimulations... Nö. Was ist denn hier los? Was hat mir denn da jetzt wehgetan? So, hier. Scheiß Gas, hä? Oh, noch ein ZMG-Entwurf. Sauber. Entdeckt Feldarzt. Stellt 25% der Gesundheit wieder her, wenn sie nicht kämpfen. Hm. Das ist aber nicht verkehrt, Leute. Was mir ein bisschen Gedanken macht, ist, dass der Typ da hinten... I'm back off you. Stop. Ich bitte dich halt an. Ich flehe sie an. Hören sie auf. Äh, wie gesagt, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass der Typ alleine ist. Weil, wenn der nur alleine ist, dann hat der bestimmt Power ohne Ende, das Spiel. Wenn der jetzt mit mehreren... Oh, man sollte schon kratzen. Ach, geil. Wenn das jetzt mehrere wären, dann hätten die nicht so... Oh, scheiße, da ist Sieger-Refel-Munition. Willst du mich verarschen? Ist der jetzt auf mich zugelaufen und ist explodiert? Okay, also... Das lassen wir mal bleiben. Mit dem... Ihr wisst, also mit dem Kuh. Das bringt ja nichts. So. Ach ja, die Gasmaske. Hör mal, haben wir hier Metro 2033, oder was? Hä? Lass mal die Viecher jetzt nochmal kommen, dann krieg ich aber ein zu viel, ey. Boah, der hat sich ja voll viel ausgehalten, ey. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier runter, oder was? Das ist ja echt wie Metro, ey. Ja, also mit Kuh kannst du immer total vergessen hier. Ich weiß nicht warum, aber ich hole es nicht. Ich muss schon seinen Grund haben. Wo muss ich hin? Na doch, geradeaus. Captain, Vorsicht! Damagef-Soldaten sitzen in der Nähe ihrer aktuellen Position. Ich verliere ihre Sicht ein. So, hier hoch. Wer wollte, ihn hat mich beschweigert. Zu mich gemeint. Ich hole alles mit. Dann muss ich hin. Ich hole mich da hoch. Kryo-Tank! Oh, was ist das? Habe ich hier was? Was ist jetzt passiert? So, was bringt mir das jetzt? Wo muss ich denn hin? Immer noch. Hä? Ja, wie bei Metro. Neue Gasmaske, hä? Boah, das hat genervt bei dem Spiel. Also ich muss da hoch. Komm ich nicht rein. Ist nix. Aber wenn ich da hoch muss, gehen wir erstmal hier rein. Ist das hier nix? Na toll. Ist das nicht. Upgrade-Station. Weißt du was? Weißt du was? Ey cool, ihr wisst ja jetzt auch so ein... ... 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 Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Das ist der Bestand an Dead Space. Aufmachen, Zeit verlangsamen. Das Spiel hat sowieso sehr viele Anleihen an Dead Space. Erlebt einen Akkampfschaden. Das wollte ich machen jetzt. Zack. So, fang. Gut. Okay, hier. Das hat es, glaube ich, nicht gebracht. Oder? Nee, ich muss es doch erst aufmachen. Dann das Ding benutzen. Oh, shit. Ich habe bald keine. Scheiße. Shit. Ja. Lass mich doch mal durch hier. Hallo? Aha. Oh, Gott. Was kommt jetzt? Oh, du Torwart. Da geht es in der Zeit zurück. Das kann ich nicht benutzen. Ja, ich sehe es kommen, dass ich da durch muss. Ja. Gucken, was er mir hier bei F sagt. Aber da würde er mir wohl gar nichts sagen. Doch. Na gut, versuchen wir es mal, was passiert. Gehen wir mal durch. Holen Sie sich eine Gasmaske und evakuieren Sie sofort die Anlage. Dies ist keine Übung. Was muss ich denn machen? Ich bin etwas disorientiert. Ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Ich kann hier nichts drauf machen. Hm. Ah! Ich habe es verstanden. Okay. Sauber. Geile Idee, ey. Das GPS zeigt Sie außerhalb der Gasspeicheranlage. Weiter. Hallo. Hm. 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 Damageffs Männer haben Sicherheitszäune im Umfeld aufgestellt. Suchen Sie einen Außenposten. Sie müssen sie abschalten. Schalten Sie die Außenverteidigung ab. Okay. Jo, Leute. Komm, den holen wir gerade mal mit. Ja, guck mal. BAMS! Leute, danke fürs Zuschauen. Das war's schon wieder mit diesem Part. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.